überhaupt nicht und das als komplett jetzt dass da kriege ich gerade mal behafe wenn ich noch einen kaufen wollen würde was ich ja nicht machst du ja nicht hast ja eure aber wir gucken immer wieder was gibt es was hat sich in 25 jahren verändert ja aber meine damen nichts hat sich verändert wirklich gar nichts es gibt nicht mehr wenn sie nicht gerade 75 b haben und aus dem vollen schöpfen können ja dann gibt es je größer die büste oder die konfektionsgröße immer weniger auswahl man wird so so ein bisschen aufs abstellgleis geschoben das finde ich ganz traurig ich auch und es sind nur noch 580 büstiers das ist der jungbrunnen beha den sie ist ein findet gerade dieses komplett in schwarz mehr als das zaubert ihnen also wirklich das macht das schält wirklich ihren körper und auch vom sinnlichen vom verführerischen her 10 20 jahre dürfen sich zurückdrehen absolut wann haben sie vielleicht das letzte mal so schöne wäsche angehabt meine damen ja und für mich ist es ja schon gar keine shapewear an sich mehr es ist für mich einfach eine fashion shapewear die schon teilweise wird toll toll jetzt können sie gleich beide farben sehen sich entscheiden was möchten sie lieber das taubenblau oder das rosé ich finde sie beide traumhaft schön die weißen einstrickungen sind aus einem garn was nicht komplett durchfärbt also von daher ein sehr hochwertiges teureres garn und wenn sie dann ein premiere body mit der ausstattung für 51 euro 99 bekommen und dann natürlich auch noch da vorne am dekolleté diese wunderschönen blüten die eingearbeitet sind im hüftbereich verschlankt das von der optik her dann muss ich sagen haben die designer wieder ganz tolle arbeit geleistet oh ja das sind alle mit dabei wir haben leider nur eine kleine stückzahl von dieser premiere da wurde im vorfeld schon im internet bestellt die letzten 670 und es wird das ist für mich das rundum sorglos paket weil du setzt ja nicht nur den brustbereich in szene sondern auch bauch und taille und aber auch po und nahtlos also ein kleid oben drüber ich behaupte immer wieder jede frau soll mindestens ein body im kleiderschrank haben ob sie bodyliebhaberin sind oder nicht der verhintere teil des verschlusses mit seinen neuen ösen den können sie nach vorne ziehen beim gang zur toilette sie müssen sich nicht nach unten beugen und müssen sagen oh gott ich finde die haken nicht und die ösen nicht das ist so kinderleicht ja und sie sind im winter immer gut eingepackt ja kein unterhempfer ständig herausrutscht deshalb sind in italien die bodys am beliebtesten weil es da so viele rollerfahrer gibt die sind nämlich auch immer sehr gut eingepackt sehr gut also die das wird wahrscheinlich weg sein wenn die jenny dann am 18 november oder zumindest ist nämlich dass wir sind schon einer kompletten begrenzung denken sie dran sie dürfen sich von diesem premiären wie die control body noch mal 20 prozent abziehen lassen mit herbst 20 sind also dann bei 51 99 und also das ist wirklich genial diese stützkraft 2,5 ist halt auch